So Leute, es ist mal wieder Donnerstag und mal wieder neue RPG Maker MZ News Zeit und mal wieder Enttäuschungszeit. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und so enttäuschend ist es am Ende auch nicht, aber für uns natürlich nichts besonderes mehr. Was für uns auf jeden Fall neu ist, ist die Musik. Da könnt ihr mal kurz reinhören, wenn ihr wollt. Ich werde auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr dann das YouTube-Video dazu finden. Ich kann da mal kurz rein spielen, mal sehen, ob das alles klappt. Ja, ihr könnt euch das Ganze gut und gerne mal 3 Minuten 33 geben. Die Music Preview, ja, ist jetzt nichts besonderes, finde ich, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Wie gesagt, ihr könnt ja auch die Musik aus dem MV und aus den anderen RPG Makern, die ihr besitzt, verwenden oder auch eigene Musik verwenden oder aus dem Internet irgendwo lizenzfreie Musik verwenden. Also daran soll es ja nicht scheitern, selbst wenn euch die Musik jetzt hier nicht gefällt vom MZ. Aber ja, ich finde sie okay, kann man machen. Finde ich, ist jetzt nichts besonderes, aber ja, finde ich okay. Okay, so, dann haben wir das Time-Progress-Battle-System. Dazu haben sie so ein kleines Demo-Spiel gebastelt. Da können wir ein bisschen Information nochmal rausziehen, aber für uns alles nichts besonderes, weil wir ja bereits die Leaks gesehen haben. Und dementsprechend ist das jetzt, ja, nichts, was wir nicht schon wussten. Erstmal, das Spiel hier läuft in 1080p und 60 Frames. Das ist eigentlich schon ziemlich, ja, okay. Sagen wir es mal so, das heißt schon mal wahrscheinlich, dass man es wirklich einstellen kann. Und man sieht auf jeden Fall nochmal die Map. Also wie gesagt, man kann die Auflösung einstellen, wie wir bereits in den Leaks gesehen haben. Man sieht die Map, ja, haben wir auch schon in den Leaks gesehen. Ist nichts besonderes. Ja, wir können mal kurz Play machen. Ja, seht ihr nochmal hier die Face-Sets sehen wirklich nicht schlecht aus. Gefallen mir eigentlich sehr gut. Die Standard-Face-Sets. Und hier seht ihr dann nochmal den Menü-Button. Rechts oben nach dem Dialog. Und dann seht ihr auch das Menü tatsächlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass es dann auf die Bildschirmbreite nicht aufgezogen wird irgendwie. Sondern wenn man einen Whitescreen einstellt, wie zum Beispiel jetzt 1080p Full HD, dass es dann wirklich nur in der Mitte angezeigt wird. Das Menü finde ich jetzt ein bisschen schade. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anpassen können. Aber da kann man sich selber auch noch mit Skripts, denke ich mal, ein bisschen selbst, also mit Plugins, selbst ein bisschen was zusammenfriemeln. Daran sollte es eigentlich nicht scheinen. Ich mache mal kurz den Ton aus. Weil ich werde das Video dann gleich mal wieder weiter abspielen. Und ihr seht jetzt auch auf jeden Fall den Statusbildschirm. Ja, alles nichts Besonderes, denke ich mal. Nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Aus dem MV etc. Sieht halt alles vielleicht ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich nicht das Problem. Jetzt kommt nochmal das Kampfsystem. Das mit den hier Active Time Battle bzw. Time Progress Battle, wo sich die lilanen Balken füllen, wie ich das schon erklärt hatte. Genau, und jetzt ist der lilanen Balken von Riot voll. Und er kann angreifen bzw. ein Skill verwenden. Und dementsprechend, wie ich es erklärt hatte, das typische Active Time Battle System. Hier seht ihr dann nochmal die Kampfanimation. Man sieht, dass es ein bisschen anders aussieht, als man das jetzt aus dem MV kennt vielleicht. Oder aus den anderen RPG-Makern. Aber so wirklich anders sieht das halt auch nicht aus. Aber das Ganze ist auf jeden Fall jetzt partikelbasiert. Und das gucken wir uns dann gleich nochmal an. So wirklich anders sieht das jetzt am Ende aber auch nicht wirklich aus. Also, ja. Sei dahingestellt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen Ernüchterung ist da schon drin. So eine, wie gesagt, für uns jetzt eigentlich keine wirklich neue, nennenswerte Information, leider Gottes. Ich werde euch auf jeden Fall alles verlinken. Hier auch die Seite hier mit RPG-Maker MZ-Preview No. 1. Ähm, wahrscheinlich werden wir, ähm, wie, äh, ich meine, Entschuldigung, ähm, Z-Preview No. 2 dann vielleicht nächste Woche bekommen. Ähm, oder dann Trailer 2. Ich weiß es nicht. Ähm, also, sie sollten langsam mal irgendwie mal ein bisschen schneller vorankommen mit der Information. Hier ist ein bisschen PR-Blabla, interessiert uns alles nicht. Ähm, dann wird hier von Effects hier geredet, dem Tool hier, mit dem man die Partikeleffekte dann macht. Das Ganze hier ist eine GIF, das steht auch nochmal hier, ähm, dass die Framerate und Resolution und Color-Qualität, ähm, durch die GIF ein bisschen, also durch das, ähm, GIF ein bisschen verschlechtert wurde. Und dadurch sieht das Ganze ein bisschen schlechter aus, als dann eigentlich im Spiel. Sollte klar sein, jeder, der schon mal eine GIF gesehen hat, ähm, der weiß, wie das Ganze, ähm, auf die Qualität schlägt. Das ist natürlich klar. Ähm, ja, man sieht hier auf jeden Fall das Ganze in der Aktion, hier im Programm Effects hier. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, echt nicht. Ähm, hier das Ganze im Effects hier. Und hier sieht man das dann im, im RPG Maker. Ist eigentlich ganz cool. Man kann hier über die Rotation, zeigen sie dann auch, kann man, ähm, wird gleich gezeigt, auch die Richtung ändern. Ich denke mal bei Display Type, Center of the Screen, ähm, kann man dann quasi die, ähm, das Ziel einstellen, denke ich mal, wo das landen soll. Auf jeden Fall wird hier die Emitterposition, also die Ausgangsposition eingestellt, über die Rotation und über das Offset. Ja, nichts Besonderes, dann habt ihr hier halt Speed, die Geschwindigkeit und Scale halt die Größe des Effekts. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, eigentlich an sich. Finde ich, sieht schon ein bisschen schöner aus, als die alten Animationen, definitiv. Und wenn man sich hier ein bisschen reinfuchst in das Programm, denke ich mal, kann man wirklich sehr, 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 sehr schöne Partikeleffekte machen. Aber, ja, werden sicherlich die wenigsten machen. Die meisten werden sicherlich die vorgegebenen Partikeleffekte verwenden. Und das ist eigentlich auch okay so, denke ich mal. Aber wir werden uns irgendwann mal Effekts hier auf jeden Fall mal angucken, spätestens wenn der MZ draußen ist, denke ich mal, wenn wir das gemeinsam mal machen. Aber heute nicht. Gut, das war's soweit an Informationen. Wie gesagt, war jetzt nicht berauschend. Eigentlich im Grunde wurde im Großen und Ganzen nur bestätigt, was wir bereits wussten. Hier sind dann auch einige Informationen noch hinzugekommen auf der Seite. Bei Animationen steht jetzt quasi, dass es mit Effekts hier gemacht ist, etc. pp. Und bei vielen Sachen steht halt einfach noch, dass es noch kommen wird, die Informationen. Hier, coming soon, etc. pp. Und nur das Battlesystem und jetzt die Animationen wurden im Grunde hinzugefügt. Und beim Map-Editor kommt natürlich dann das Layer-System und Charakter und so weiter und so fort. Das kennen wir ja eigentlich. Wie gesagt, es wird nichts groß kommen, was wir nicht schon gesehen haben. Hier sieht man dann nochmal ein paar Screenshots von dem Kampfsystem. Hier das Front-View-System und hier das Side-View-System. Ich finde die Menüs unten sehr schön. Das sind auf jeden Fall die Menüs, die man aus dem Leak gesehen hat. Also alles bestätigt aus dem Leak. Für uns nichts Besonderes. Definitiv nichts Besonderes. Und das war es soweit. Wie gesagt, guckt euch das Video hier an. Komplett, wenn ihr wollt. Ihr habt auch ein bisschen Story am Anfang. Und wie gesagt, guckt euch das Ganze an. Habt ihr hier eine kleine Art Bosskampf. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant gestaltet, das Ganze. Und hört euch die Musik mal an. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und natürlich die beiden Videos liken. Und mein Video natürlich auch liken. Nicht vergessen. Und in die Kommentare mal schreiben, wie ihr die jetzt neue, in Anführungszeichen, Information findet. Wie ihr allgemein das Marketing von einem Set findet. Ich finde das ein bisschen, naja, langweilig. Man könnte wirklich ruhig ein bisschen mehr zeigen, als nur das, was sie jetzt hier zeigen. Immer diese Tröpfelweise an Informationen finde ich halt ein bisschen, naja, ermüdend langsam. Aber, naja, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag zur nächsten MZ News. Und dann Tschüsseli. Das war es soweit von mir. Das war es soweit von mir.